Corona hat ja dazu geführt, dass viele Menschen mehr zu Hause selbst gekocht haben. Das geht natürlich wunderbar in so einer Traumküche wie hier. Das ist aber nicht das wichtigste Ausstattungsmerkmal der Traumimmobilie der Deutschen. Es ist auch nicht der Whirlpool, es ist auch nicht der offene Kamin, denn die Deutschen träumen pragmatisch. Die 3 Gs sind die Ausstattungsmerkmale, die in keiner Traumimmobilie fehlen dürfen. Der schöne Garten, die Garage, das Gäste-WC. Und Corona hat auch den Wunsch nach mehr Platz verstärkt. Die Menschen wollen Platz zum Homeschooling, für Arbeit zu Hause, zum Kochen, für Sport und einfach mal Platz, um sich persönlich zurückziehen zu können.